Hey, du! Mach was aus dir. Los geht's. Geh mal ins Ausland. Lerne fremde Kulturen kennen. Erlebe echtes Teamplay. Und beweis endlich mal allen, was in dir steckt. Ja! Lerne fremde Kulturen. Es ist vorbei, Slade. Lerne fremde Kulturen. Mach was Anständiges. Werde Mediamarkt Spielepraktikant. Hauptsache ihr habt Spaß. Mediamarkt.